Barfuß draußen rumzulaufen ist voll cool und es muss mehr D3 Schepperung auf meinen Füßen drauf sein, weil wegen dieser Fußverletzung habe ich dieses Jahr zu wenig barfuß gelaufen. Deswegen sind diese scheiß Füße so weiß. Die Füße, die müssen noch viel mehr D3 Verschepperung verspüren. So dunkle ist vollständig da und ich bin immer barfuß. Und guck mal, ich zeige euch nochmal diesen dunklen Wald, wo ich heute übernachte. Das war genauso wie letzte Nacht mitten in diesem verdunkelten Wald. Und prüfen, ob ich heute von irgendwelchen Tieren aufgegessen werde. Hier von Hirschen oder Wildschweinen oder irgendwelche Zecken oder Kellerasseln oder sowas. Vielleicht kommen tollbütige Füchse oder Kaninchen raus oder irgendwelche Mäuse, die an meine Ohren abknabbern oder so. Ich bin sehr gespannt drauf. Hier sind überall Nacktschnecken. Ich weiß nicht, ich werde hier die ganze Zeit von diesen Nacktschnecken hier verseucht. Das ist voll scheiße. Das ist ein richtig beschissener Schlafplatz.